Grüß euch, ich bin die Carina Klammer, bin 17 Jahre alt und komme auf der Straße. Ich mache die Lehre mit Madora zur Bürokauffrau. Ich habe mich für den Lehrberuf entschieden, weil mich das Kaufmanager schon allweil interessiert hat und durchschnuppern, habe ich einfach gewusst, das ist meins und jetzt mache ich da die Lehre. Ich bin im zweiten Lehrjahr und zu meinen Tätigkeiten zählen die Sekretariatsarbeiten. Ich bin hauptsächlich am Empfang, nachher die Vorbereitung für die Buchhaltung, die Abrechnung und Ablage, das Gestalten für die Facebook-Beiträge, die Homepage-Artikel, nachher der monatliche Newsletter für unsere Mitglieder, diverse Bestellungen, sei es Getränke, Arbeitsbekleidung. Carina Klammer ist ein Lehrling, wie ihn das Land Tirol braucht. Sie ist Bürokauffrau im zweiten Lehrjahr und besticht durch ausgezeichnete schulische Leistungen nur ausgezeichnet in der Fachberufsschule. Sie kann ein hervorragendes Zeugnis durch ihren Ausbildner vorweisen, der sie lobt für ihre Verlässlichkeit, ihren Fleiß, ihre Teamfähigkeit und sie ist ein junger, engagierter Mensch in ihrer Heimatgemeinde. Sie bringt sich ehrenamtlich ein, sowohl in der Schützenkompanie als auch in der Landjugend und sie ist beim Vorlesetag tätig. Wir haben die Möglichkeit Bücher zu lesen digital, aber ich habe sie gerne in der Hand. Und ich finde einfach, junge Menschen soll man motivieren zum Lesen. Das ist wichtig auch für die Weiterbildung und wir lernen so viel Neues dazu. Und ja, deswegen hat mir das gefällt und das würde ich gerne weitergeben. Ich bin stolz und froh, dass wir so tolle junge Menschen in unserem Land haben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Da! 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 Dann. Vielen Dank.